guten morgen heute ist freitag juhu dann ist wochenende zweiter advent und so weißt du ne und heute habe ich so ein großes geschenk gefunden da passte meine deko nicht mal mehr mit aufs bild die muss schon auf dem geschenk liegen ist das der hammer so ein großes geschenk und ich bin total gespannt kennste 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 ich kenn's jetzt das sind pizza boxen sehr schön drei tolle pizza boxen da freue ich mich sehr kann man schön bestempeln kann man schön basteln kommen aus dem herbst winter katalog ziemlich weit hinten weil es dich interessiert ja ich wünsche dir auf jeden fall einen tollen tag und bis morgen so so Untertitelung des ZDF, 2020